Ja, eine schwere Auswärtspartie. Sie sind sicher gut drauf. Wir haben aber selbstvertrauen mitgenommen aus den letzten Spielen, dass wir sicher unten auch etwas holen können. Ja, sicher. Wenn man in der Europa-Liga noch weiterkommt und jetzt 3-0 gegen Ausstelle in der Wien auf den Heimsieg gleich gut reingestartet, dann ist es sehr vertrauen hoch. Ja, dass wir alle zusammenhalten. Wir haben einen guten Zusammenhalt und jeder geht seine Rolle in der Mannschaft ein und das macht uns sehr, sehr gut. Ja, für mich ist sowieso ein Highlight. Das erste Europa-Liga, dann letzte Woche oder am Sonntag halt das Heimspiel da gegen Ausstelle in Wien gleich gewinnen und vor Anfang an am Platz stehen. Und ja, jetzt kennt ich es nochmal ganz was anderes. Und ja, am Sonntag in Wien ist es immer ein Highlight für mich. Und das ist immer ein Highlight für mich.